Hervorragend fragt, was hältst du vom Bitcoin-Rainbow-Chart? Und der Kollege meint hier diesen Chart, den ich jetzt auch nochmal ein bisschen größer mache. Der Rainbow-Chart vom Blockchain-Center, ihr kennt den Holger, der ist hier auch ab und zu auf dem Kanal unterwegs. Er betreibt die Seite blockchaincenter.net und die hat einen Chart, der nennt sich der Rainbow-Chart. Der ist tatsächlich berühmt in der Krypto-Szene, weil er eben abbildet, was in der Vergangenheit beim Bitcoin-Kurs passiert ist. Letztendlich ist es eine logarithmische Darstellung mit der Tendenz eines immer weiter steigenden Kurses unter der Annahme oder beziehungsweise nicht der Annahme, aber man sieht eben, dass vor allem die Halving-Zyklen hier sich in der Vergangenheit immer wiederholt haben, aber dazu tendieren, flacher zu werden. Eine Tendenz, die ich auch sehe und die ich auch schon lange nicht befürworte, aber lange auch schon tituliere, nämlich die Theorie der immer kleineren oder der immer wenig stärker wachsenden Zyklen, weil Bitcoin als Asset-Klasse eben immer größer wird im Geldwert und damit auch das Steigerungspotenzial niedriger ausfällt. Also entsprechend wird diese Kurve auch weiter abflachen, weil sie natürlich auch logarithmisch dargestellt ist. Eins ist aber ganz wichtig, wenn auch der Chart in der Vergangenheit witzigerweise dann eben interessante Entwicklungen darstellt, zum Beispiel, dass bei der Farbe Rot immer die Pieks waren und dann man eben verkaufen sollte oder diese Phasen hier von Rot bis Orange, Gelb, Grün dann ins Blaue reingehen. Sie bilden klar in der Vergangenheit ab, was man auch vielleicht hätte tun können in diesen Phasen, um dann in den nächsten Phasen erfolgreich zu sein. Es ist und bleibt, und das ist das Wichtigste, ein Spaß-Chart. Es ist kein Modell, um die Zukunft zu prognostizieren und das ist auch nicht das Ziel vom Holger gewesen oder vom Blockchain Center, sondern eine Darstellung auf logarithmischer Basis, wie Bitcoin sich entwickelt hat, dann eben mit ein paar Hinweisungen. Da gibt es jetzt mittlerweile eine neue Farbe, Indigo, die nämlich sagt, es ist nicht mehr ein Fire-Sale, sondern wir sind jetzt in einer Phase, wo wir ein BTC gleich ein BTC das Narrativ verfolgen. Es sollte nochmal untermauern, dass dieser Chart die Vergangenheit darstellt, nicht für die Zukunftsprognose geeignet ist und der Rainbow-Chart ist ein Meme, liebe Leute. Es ist kein Modell, womit man irgendwie den Bitcoin-Kurs prognostiziert, sondern sich in der Vergangenheit anschaut, der dann eben basierend auf den letzten Halving-Zyklen sehr gut passt für gewisse Marktmechaniken. That's it. Das ist ein Modell, womit man sich in der Vergangenheit anschaut. Das ist ein Modell, womit man sich in der Vergangenheit anschaut. Das ist ein Modell, womit man sich in der Vergangenheit. Vielen Dank.